Freunde, es tut mir so leid, wie ihr hier an dem... Ja, ich bin inkompetent, das ist mein einziges Problem. Wir haben gerade zusammen eine Runde Elseworld aufgenommen. Du erinnerst dich. Und hier zusammengefasst, was passiert ist. Wir haben eine neue Gilde. Ich habe eine neue Playlist. Dazu gab es das Zitat, schon wieder Monkey Island. Und wir haben das letzte Mal die Krypta gemacht. Und dann waren wir im Tempelgarten. Und dann haben wir noch Nebenquests gemacht. Auf dem Feld. Und dann waren wir nochmal für eine Nebenquest im Tempelgarten. Und dann haben wir noch Hänios Raumzeit gemacht. Und jetzt das, warum ich euch das erzähle. Ich habe vergessen, Fraps aufzumachen. Ja, richtig. Es tut mir so leid. Also, äh... Else wird dann wohl wahrscheinlich erst wieder nächste Woche. Ja. Seid dich traurig, freu doch auf nächste Woche. Ja. Wenigstens ein Sonnenstrahler, Moritz. Guckt was anderes. Guckt Zainsrow von gestern. Alle auch scheißegal, ne? Wir haben gezockt. Wir haben es toll gefunden. Und ihr nicht und fertig ist. Richtig. Spaß natürlich. Ne, dann muss doch mal gesagt werden. Naja, dann sagst du mal. Also, äh... Entspannt euch bei der Monkey Island Musik im Hintergrund. Und... Gibt es noch was zu sagen? Backfisch, meine ich. Richtig. Äh... Eierkuchen.